Hier ist Rocket Launcher Munition, ui! Ein 150er Shield, aber für Level 13. Und ein 118er Shield. Ich habe hier noch eine Sabot Machine Gun, wie gesagt, Schaden 44, Zielgenauigkeit 67,4 und Feuerrate 5,7. Gibt's doch einfach, Marco. Wenn, dann will das Marco haben. Naja, ich frag erst mal, weil... 44 Schaden klingt gut. Ja, die lag dort oben auch rum und da hat er weniger gesagt, die willst du nicht haben. Naja, der hat's halt vorher nicht benutzt, die ganze Zeit, dafür kann ich doch nix. Ich hab hier einen 22er Granatenmord übrig, mit 22 Schaden. Wird ich nehm. Hier oben. So, wo seid ihr Typen? Der Charakter. Der Charakter. Da wo wir markiert sind. Ähm. Ich glaube, wir haben die Kartoffel. Egal. Ne, hier ist er. Da ist er. Da ist er jetzt dritten Slot drin. Hier, nimm die. Und, äh... Schei... Hä? Warum hab ich jetzt... Ne, ich hab die... Vorher ist die Granatenmord. Wo ist denn die? Hier oben. Hier... Hier liegt sie. Ja. Bäm. Schrotz, lehn der... Kurzer, putz. Du musst den Raketenwerfer nicht. Ja, nie auf die Koffe entfernen. Das ist ja nicht schlimm. Stimmt, der macht hier auch Schaden. Aua. So. Kommt noch mehr. Der macht nämlich ordentlich Schaden mit dem Raketenwerfer. Wie der da steht mit dem kleinen Raketenwerfer. Hat er mal eben locker unterm Arm. So heißt, das ging mal eben locker unterm Arm. Kauft Raketenwerfer Munition jetzt hier. Benni, du hast dieses wenig Energie. Ich will's. Ja, willst du was zum Osseln haben? Nö, nö. Hab doch hier was. Oh, der Mensch. Bekloppt? Ja. Nein, ich will keine Antwort. Zu spät. Die Gelegenheit lasst mir doch nicht entgehen. Hier sind eure Raketenwerfer Munition jetzt, ne? Die händen auch noch. Felix? Ja. Ich hab dich grad mit Kubi verwechselt, deswegen. Ja. Weiter. Wenn er die Munition aufgenommen hat und nicht mehr braucht, ja. Brauchst du nicht mehr. Äh. Okay, das hilft. Oh, verdammt ist noch ein Raketenwerfer Munition. Wie ist das Ding doch zerfetzt, ey? Böse, ne? Ja. So, erstmal Muni aufs Sammeln hier drüben. Ja, jetzt irgendwie nur Raketenwerfer Muni. Vor allem, ich erhalte mit jedem Package vier Raketen. Ich glaub, ich sollte mir dann langsam mal einen Raketenwerfer Upgrade holen. Ja, das ist Info, ja. Also das Ding macht echt mörderischen Spaß. Ganz leicht zielen, trifft schon. Das ist halt ein Raketenwerfer. Und ich hab doch nicht immer zielen benutzt, das gab's nämlich auch. Ich halte nen Raketenwerfer. Nimmt hier jemand bitte noch die Muni auf, das wär... Ach ne, die habt ihr ja dann immer und ihr könnt ja auch das verwenden, wenn ihr dann nen Raketenwerfer habt oder dann... Genau. Bin grad unterwegs, also nicht verzagen. Aber mach da weg. Die ist ungenau, der Greifer. Verziehbar. Holen, nächstes Level. Sorry, da ist grad leicht vor, ich stand da. Und wenn du den einen dort plattmach, mach ich den anderen platt. Und wenn du den einen dort plattmach, mach ich den anderen platt. Das sind so viele. Oh, schon. Was? Das geht weg hier nicht. Was? Das geht weg hier nicht? Ha, 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 ha! Bin wohl deinen Schöpfer! Der bewegt sich! Boah, einer weiß! Nächstes Level! Ich finde das so unfair. Da oben ist noch irgendjemand. Bleib doch mal weg, bitte. Und wo? Ja, hab ich gerade erledigt dort oben. Achso, na dann ist okay. Ja, eigentlich war das tot. Irgendwo noch Muni? Für mich? Wir können keine Muni geben. Nee, ich hab gefragt, ob hier irgendwo noch Muni für mich ist. Ich seh nicht. Hier hinten ist noch ne Truhe. Mit nix drin. Und hier ist noch ein Standard-Golder-Schild mit 150. Will das jemand haben? Das hab ich glaube schon das Ding auch gesammelt. Das kannst du eh noch nie benutzen. Weißt du's haben, Marco? Hier ist noch ne Combat-Rifle. Warte. Mit ner 10,0er Feuerrate. Ja, Level 13 brauchen wir für das Schild. Also müssen eh noch ein bisschen warten. Aber mein ist mir irgendwie zu ungenau. Mit 92% ist von Sniper scheiße. Okay, vergrößert das Rocket Launcher-Paket. Hab ich hier grad einen Skill. Kann ich mir auch nehmen. Ähm, wenn's euch kurz stören würde, würde ich mal zurückgehen. Aber okay, hat sich erledigt. Wieso? Wir können erstmal die... Alles ist kleiner. Oben fliegt irgend... Hier bringt's was rum. Ja, das mal ragt wahrscheinlich. Jetzt kommt's runter. Zwei... Vier... Vier Viecher. Wir sollen's nicht drauf schießen, du Depp. Die fliegen sonst ganz friedlich da oben rum. Außer man schießt drauf. Ja, gut, dann... Haben wir jetzt das Problem. Wir haben kein Problem mehr. Ist der Flieger oder wie? Ich hab da immer... Mann, Mann, Mann. War der cool. Ja, geht nicht, aber so heftig. Ah, rum, aufmessen. Sieht doch wieder schon vorbei. Hä? Wer kommt daß'n? Ja, bei der blieb'n denn auch. Da blinden wir sich manchmal schon. In diesen Schrollblinder. Wer hab ich, ne? Wenn Dingens und so... Leute! Lawson. Leck nicht. Ach, der ist auf dich gegangen jetzt. Der knallharter Psychopath. Der hat durch den Psychopathen im Naga Platz gemacht. Ficken Anfall. Was denn dafür? Bin ich ja da. Oh, Muni Aleph! Ja, bei mir ja auch gerade beim Raketenwerfer gewesen ist. Allerdings nicht von der Pistole, Marco. Wenn hier irgendwo Raketenwerfer rumliegt, nie gegeben. Hier. Jede Menge. Ach, wirklich jede Menge. Halbermunde. Ja. Es wird schon besser. Benni, brauchst du Energie? Ey, hat er mir nicht das Schild weggeklaut? Du Rolinder! Böde! Benni, brauchst du Energie oder lädst du dich auf? Äh, ich brauch Energie. Doch, lad mich glaube ich sogar langsam auf. Ja, Benni, ich hatte einen Medipack da, also. Ja, ich hab das Schild weggeklaut. Bist du in San? Ich hab noch 137 als Schild übrig. Benni, wirst du Lebensenergie haben? Moment. Du bist nämlich kurz vorm Verrecken. Ach, Quatsch. Wo ist die Lebensenergie? Ach, Quatsch. Das ist der erste, der stirbt morgen. Ich bin der Sniper, ich muss eigentlich bloß hinten stehen. Aber dadurch ist eh immer die Luft. Eigentlich. Naja, ist klar. Snipli. Aber kein Beifall. Snipli. Ey, du fängst an zu ballern. Ich hab getroffen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Sag mal, schießt du drei Raketen auf einmal? Kann das sein? Ja, ja. Deswegen macht er so einen übelsten Schaden und braucht dann auch Munition. Aber wir schon wundern, weil sonst ist die Rakete auch nicht so hässlich. Aber ich krieg mit dem Fäckl krieg ich, als wenn ich immer Muni einsame krieg ich vier Raketen. Ja, und drei verschießt du mit Emmer schießen. Super. Ne. Inner plus halt. Ne, sonst ist es drei mit Emmer schießen würde ich behaupten. Ja. So wie das sind? Scheiße. Die werden umgekehrt. Einen Kopf abgesenkt mit dem Dinger, ey. Wir spielen eine Combat Räufe. Nein. Einen Moment erhalten. Hier liegt noch ne Rüffel rum. Ne Rüffel. Ne Rüffel. Ne Rüffel mit dem rechtsten Schaden. Ne Rüffel. Ja, wird auf uns geschossen. Du bist auch so ne Rüffel, ey. Ne Rüffel liegt hier rum. Du bist ne Rüffel. Ne Rüffel. Ne Rüffel bist du. Ne Rüffel bist du. Oh ja. Ihr seid echt merkwürdig, wüsst du das? Natürlich. Hast du noch nie mitgekriegt, dass wir merkwürdig sind? Das fällt dir jetzt erst auf? Sehr schwach. Ja, der hab ich merkwürdig erwartet. Ja, oder? Der ist hier für Sniper Rival. Baaaaand. In der Face. Sie sind gewischt. Morgol, das ist echt nischt. Hier ist ne SMG. Mach dir den mal flack. Schön. Chill doch mal. Ich musste auch mal irgendwas irgendwo Zeit haben und chillen können. Da hinten ist noch einer. Bam. Der wirft mit Äxten auf mich. Schwein. Ich lehne ihn ab. Ne, der schießt mit dem Nächsten auf mich. Ich muss noch wieder rausgehen. Ach, jetzt schießt er auf dich. Das ist super. Ich helf euch mal bitte. Er legt Schnitzeljagd. Ja, nimm's auf. Wir sind mal gerade dabei. Zum Questgegenstand, wenn das zu grün unterlegt ist und dann dazu gehört. Haben wir schon irgendwie übersehen irgendwo. Nee, es gibt drei. Außerdem ist das nicht markiert, die Teile. Noch? Nee. Ist nur das Gebiet markiert, bin ich der Meinung. Dachte ich zumindest, du musst nur das Gebiet markiert. Außerdem haben wir gerade Ehen und Behe. Naja, jetzt fehlt bloß noch Ehe noch. Jetzt hat man das Visier für mich noch ein. Irgendwo muss noch liegen. Da hinten ist es glaube ich nicht Felix. Es liegt irgendwo hier rum. Ja, ja. Ich habe ja drei Wachen, Sluts. Ja, ja. Fällt dir auch schon auf. Ist ja Wahnsinn. Und wehe, du klaust jetzt auf irgendwelche Sachen, die wir brauchen. Ich kann gar nicht mehr aufnehmen, muss nur so zu sagen. Dann lass es. Ich hab bloß meine... Äh, Dingens da aufgenommen hier. Das hab ich halt brauchen in der Rekete. Wieso hier bist du hier irgendwo liegen? Ich find hier irgendwie nix, ich find's grad so blöde. Hier liegt ein Transfusion rum. In der Granaten-Mod. 35 Schaden. In der 20 Schaden. In der... Minus 22... Na ja, 22 Minus Schaden. Bouncing... Beatty-Granaten. Die Bouncing-Batty. Langbogen-Granaten. Und... Transfusions-Granaten, was auch immer das ist. Transfusion ist, ich mach Schaden auf Gegner und heil dich dann dafür. Okay, das ist nicht klar. Also für einen bestimmten Bereich. Verliebt's doch, oder? Nee. Hat sich's denn aufnehmen, oder was? Willst du ja wie Weihnachten? Ich bin voll, ja. Also, keine Ahnung. Ja, Level 13, ey. Ja, wohl nicht. Aber... Ich hätte halt gedacht, dass es hier irgendwo sein muss, wo der... Ja, muss auch noch. Irgendwo muss es noch liegen. Aber es ist halt nie markiert, sondern es wird das Gebiet markiert, in dem man suchen muss. War ich zumindest der Meinung. Such dir grad in dem mal Gebiet, oder? Ja, wir suchen grade das letzte Teil für die Mission. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Also, ich find hier nix. Felix, komm mal her, wir finden's nie, du musst uns helfen. Ich bin doch schon längst bei euch und such mir. Such schneller. Such genauer. Ihr findet's nie. Such schneller. Ja. Echt nett. Also, wenn ihr mit denen hier wirklich spielen wollt, dann kommt ihr echt stark in die Erde. Sei froh, dass ich nie ein Boss bin. Muss nämlich genauso gehen. Ich kann das nie machen, mach schneller. Cool, ich hab Raketen gefunden. Ich hab grad ins Klo reingeguckt, da gab's noch Raketen. Ach, wir sind echt blind. Wir sind echt blind. What? Hä, wo hast du denn das grad hergezogen worden? Das lag hier direkt neben dir, wo du grad warst. Oben irgendwo. Ja, aufm Haus. So, ich glaub wir können sogar noch was hier machen. Jetzt macht euch nach hinten zu den Dingern, oder? Warte mal, ihr könnt doch hier, wir sind doch in... Wo sind wir denn eigentlich? Sledge Safe House? Ja. Wo sind wir? Ja, sind wir. Einfach weiter in hinten laufen. Nimm mal ja, aktivier mal Sledge Safe House. Ja, sammelt erstmal das ein, was ihr da hinten habt. Hä, wieso? Sind wir doch nicht. Aber das ist das, was hier als nächstes kommt, was hier sich hier anschließt. Ja, aber nehmt ihr erstmal die Muni da hinten auf? Hier geht's nämlich zu Sledge Safe House. Ja, dann, aber nehmt ihr trotzdem erstmal die Muni auf. Ja, ist alles super. Marco, auch du bist gemailt. Mhm. Ein Explosive Longbow ist hier noch hier. Also, ich glaub die Dinger sind sowieso auf Level 13 verfügbar. Was? Vor allem, der nimmt gleich Bete auf. Statt eins von Marco zu lassen. Ja? Na, weil Marco ne 22er Granaten-Mod hat. Und die machen Bete weniger Schaden, oder gleich viel. Also, der ist jetzt schon hier aktiviert. Sledge Safe House. Penny? Ja. Ja, ist aktiviert diese doch. Ich kann das abbrechen, wenn ich Tab drücke. Toll. Gar nicht. Aber wenn ich Tab drücke, passiert nicht geil. Du hast zu spät, Tab. Ne, wenn der das initiiert, Tab drückt, passiert nichts. Mhm. Wenn du's selber initiierst, bist du sozusagen selber dran schuld. Aber es hat das já nicht geg tab caterper mich so Potato blue jetzt. Super. ą die Micke, Podcast. illa hall mit Double. Quando doch vers Youtube.